Erledigt! So viel Glück! Was für Glück! Spielgefährte, kommt zu mir! Hallo, hallo, hallo! Hier erst! Ein Geschenk! Ein Geschenk für dir von mich, guter Freund Kanix! Bester Freund Kanix! Los, 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 mach ein Aufgeschenk! Was ist mit ihm? Was ist denn? Ihren Bomber, was der da von sich gegeben hat. Das hat sich nicht gesund angehört. Nein, überhaupt nicht. Ich mach mir richtig Sorgen für seine Gesundheit. Alter, was passiert da? Das ist keine Effizienz, was du da machst. Na, die jetzt reißen sie von alleine irgendwie. Ich mach ihn. Ich mach ihn. Mach dich kalt, hilf! Wo geht's denn? Na, ah, ah! Weiterspielen! Augen macht zu und zähnen! Wir müssen diese Splittermine entschärfen oder sie wird alles in die Luft jagen. So, überall! Ja! Ja! Autsch! Irgendwas ist auf mich hier landet! Bist du von mir? Wurscht, wurscht! Ich bin schon da! Boah! Wurscht! Autsch! Autsch! Bist du 30! Bist du da? Bist du da? Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Fuck. A Keystall. Ja. Kann man zerlegen. Ah. Wo müssen wir denn hin? Weiß noch nicht. Ah. Die Zeit ist abgelaufen. Wir hätten... Ah. Aber nicht du! Über uns sind Schiffe der Rotlegion. Das sind sicher die Kabale, von denen der Bomber gesprochen hat. Folgen wir ihnen. Also, wir hätten das verteidigen müssen. Aber egal. Wir müssen da runter. Hm. Hä? Es ist viel zu ruhig. Es ist schon wieder ätzend. Es ist schon wieder ätzend. Und... ... ... ... Hads hadi Shit sind One Hit. Es ist sooo geil! Du musst da halt echt die Zeit nehmen zum ziehen. Aber dann... Nice. Der Bogen geht so gut. Wer ist es? Der Bogen geht so gut. Die sind schwer zum Treffen, gell? Ja, wegen einem Schild. Jetzt kümmern wir uns um den... Da ist nur einer. Ich weiß. Oh, pass auf. Nicht stürzen. Ha, ha, ha. Na, ich bin fast reingeflohen. Wir müssen da rum. Ihr Scheiße. Ah, okay. Hm. Ich kaufe. Ich bin fast reingeflohen. Ja, naa. Leic. Das geht ja gut. Ja, wo er das? Ja, wo er das? Ah! Oh! Lichträger, Lichträger! Ich seh' dich! Ich seh' dich! Das macht ja nix. Du kannst uns ruhig senken. Schnell zur Bombe! Ja, geht's denen noch? Schnell zur B und zur C. Du musst zur C und ich geh' zur B. Ich muss zur C. Okay. Nein! Ich bin ein Idiot! Ja! Ich hab' leertest und trug! Ja! 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 Ja, da muss ich auf die Plattform stellen. Ach, du bist ja da. Ahh! A, bisschen Jump and Run! Richtig. Richtig. Der Endgegner. Wo ist er denn? Da ganz oben war der. Ist sicher. Wir müssen zu der Bombe. Scheiße. Sehr schön. Pass auf, die explodieren. Oh, die von der Seite habe ich nicht gesehen. Ja, passt schon. Jetzt sind wir ja da. Kaputt, kaputt, kaputt. Kaputt, kaputt. Scheiße. Aus. Aus. Toll. Na, aus, wenn ich schon noch nicht mehr schütze. Das ist ja noch. Scheiße, das ist nicht mehr. Das ist nicht mehr. Das ist nicht mehr. Na, der führt sie auf. Du kannst ja kaum glauben, dass ich noch... Oh, wir müssen zur Bombe. Ja, zur B. Oh, das werden immer mehr. Na ja. Ah, C ist auch noch da. Alter. Alter. Alter, macht keinen Stress. Ich brauche die Schwerter. Ah, nicht mit dem Schwerter, weil sonst bist du tot. Ich habe es gerade gemerkt. Achtung! Das ist ein Fies. Das ist ein kleine Pizzer. Na, ich bin für ein Kind. Oh. Ja. Das wird eng für mich. Wo ist er? Tot! Hier geht gleich alles hoch. Wir müssen verschwinden. Ereilung! Ich verschwinde sicher noch nicht. Wie ist das? Okay. Wir verschwinden doch. Wohin? Unten? Was geht es da um? Äh... Da ist für mich... Da ist für mich... Drin muss ein Kran, wenn ich da nicht aufgepufft war. Nein, ja. Ähm... Ich fahre gerade aus. 12 Uhr. Ja. Da ist die... Da ist ein Kran. Okay. naja, komm schon, ich bin schon eigentlich so gut wie da. Okay, ja, wir müssen da Richtung A, 13, was, komm, wie soll ich das entschärfen in die 9 Sekunden? Hast du Spaß oder was? Das reibt man nicht. Okay, alle da. Was auch immer der Bomber gesagt hat, du bist kein Mörder. Hüter sind Verteidiger des Lichts. Wir müssen einfach daran denken, dass wir das hier für Kate tun. Ich hab sehr gut Punkte gemacht jetzt. Na schön. Ja. Okay. Cool. War sehr nett. Da geht's raus oder geht's da weiter? Oder sind wir von da gekommen? Ich hab keine Ahnung. Ich hab irgendwann die Orientierung verloren. Ich glaube, wir sind aus dem schmalen Dings da gekommen, oder? Von da? Was? Da in den Raum hinein? Ah! Und dann hier durch? Ich vermute. Keine Ahnung. Nehmen wir auch so viel aus wie du. Schaut da nach aus. Ja. Ja, renn. Und dann geschaut. Ja. Das war's für heute.